Wie ist die Stimmung bei den steirischen Parteichefs? Chefredaktor Wolfgang Schaller hat jetzt in unserem Wahl-Sonderstudio Spitzenpolitiker von FPÖ, ÖVP und SPÖ zu Gast. Herr Kunasek, die FPÖ hat das historisch beste Ergebnis bei Nationalratswahlen erzielt, nicht nur in Österreich, sondern auch in der Steiermark. Wie überrascht sind Sie denn über dieses Ergebnis? Ja, dass man gute Chancen hat, das hat man ja abgelesen schon an den Umfragen, auch die Stimmung war gut für uns. Aber ich möchte hier betonen, da gibt es jetzt keine Überheblichkeit, da gibt es jetzt auch kein Feiern in den nächsten Tagen, sondern wir gehen morgen bereits an das Arbeiten, nämlich für Österreich, für unsere Heimat, für die Steiermark. Und ja, es steht eine Landtagswahl an und da startet die Freiheitliche Partei in der Steiermark bei null Stimmen. Das heißt, es wird einen blauen Montag für Teile der Partei geben, für den Parteiobmann und für viele andere nicht. Jetzt möchte die FPÖ den Bundeskanzler stellen. Es will aber niemand mit der FPÖ, vor allem nicht mit Herbert Kickler als Bundeskanzler koalieren. Auch ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer hat gerade vorhin in der Runde der Spitzenkandidaten bei uns im ORF eine Zusammenarbeit mit ihm ausgeschlossen. Wie hoch schätzen Sie denn die Chancen ein, dass es einen FPÖ-Bundeskanzler geben wird? Also ich glaube, zunächst einmal ist der Wählerwille zu respektieren und das beginnt beim Bundespräsidenten. Ich gehe davon aus, dass der Bundespräsident ein Demokrat ist und dem Herbert Kickl, der freiheitlichen Partei, als stimmenstärkste Partei auch den Regierungsbildungsauftrag gibt. Ja, und dann werden die Parteigremien tagen. Die werden auch bei der SPÖ tagen, bei der ÖVP tagen und auch bei uns. Und ich gehe davon aus, dass es in Österreich eine tragfähige Koalition geben wird, wo auch Herbert Kickl an der Spitze stehen wird. Alles andere wäre ja demokratiepolitisch auch fragwürdig. Das heißt, der Wähler hat heute gesprochen, die freiheitliche Partei hat einen historischen Wahlsieg und wir sind bereit, dieses Wahlergebnis mit Demut anzunehmen und gemeinsam mit anderen Parteien an einem tragfähigen Programm für Österreich zu arbeiten. Blick Richtung steirische Landtagswahl. Die FPÖ ist deutlich vorne in der Steiermark. Ist das Rennen schon gelaufen? Nein, überhaupt gar nicht. Ich glaube, da rinnt noch viel Wasser die Mauer runter. Ganz im Gegenteil, ich habe bereits gesagt, wir starten bei null Stimmen. Das heißt, es wird ein spannender Wahlkampf werden. Ja, es ist Rückenwind vorhanden für die freiheitliche Partei. War auch schon einmal anders. Aber die Landtagswahl wird nach ganz anderen Kriterien geschlagen und die Menschen unterscheiden hier sehr wohl, wenngleich natürlich die Stimmung für uns und die Motivation hoch ist.